Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT mit dem Kraxen. Moin moin. Und dem All of Games. Hallöchen. Hab grad den Mund voll, tut mir leid. Hallo. Und Kobi, der glaub ich noch afkar ist. Ne ne der ist da. Ja Lars ist auch afkar. Ne Lars ist afkar. Der Kobi läuft. Ne ne ich bin klar. Kobi läuft vor mir. Kobi. Dann haben wir ja gar keine. Okay. Dann haben wir doch den Kraxen. Alles gut. Das Haus ist echt schön muss ich sagen. Ja. Was ist das? Ich liebe die Map. Die ist total cool. Achso das ist die aus. Lass mal zusammenarbeiten. Blink dreimal mit der Taschenlampe wenn du Trader bist. Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja ich glaube nicht. Die kommt mir bekannt vor. Was ist das? Wow. Heißt die doch oder? Ui. Pass auf von hinten kommt noch jemand. Da ist die Julia ist da die Julia. Ja. Okay. Ja okay. Ich wollte das nur mal klar stellen. Oh. Bin ich? Hallo. Na. Haut alle ab Junge. Granate. Nein. Bin du nicht. Ins Gesicht. Kann man hier raus? Nein. Nein kann man nicht. Du nicht. Was ist das denn hier? Oh da brennt's. Ja das war ich. Oh jetzt. Kraxel wo bist du hin? Ich habe mich verschwinden lassen. Ich bin verschwindibus. Es ist ein Magier. Magier. Hä? Ich bin ein Magier. Ich weiß doch keine Brand. Hier sind doch die Türen alle aus Pappemann. Ah. Pappemann. Pappemann. Ich habe mir die Waffe gefallen vorhin. Ach da muss man klatschen. Was für? Ich will die Waffe hier nehmen. Ah. Ah. Dann bist du am Eingang. Geil ne? Ja. Ja alles gut ich bin innocent. Ah. Oh. Da wurde geschossen. Da ist jemand gestorben. Kraxel lebst du noch? Julia. Lars. Was denn? Dir ist bewusst dass ich die ganze Zeit jetzt mich hinter dir befunden habe? Ja es muss doch Felix sein wenn Kraxel tot ist. Wir drei waren zusammen. Da unten kommt der da unten. Da unten ist er da oben. Da unten. Da oben da unten? Ja ja ja. Wo? Der ist hier lang gelaufen. Das war nicht so smart. Oh jetzt bin ich runter gespuckt. Das tat weh. Wo wartest du? Da ist er. Bei mir bei mir bei mir bei mir. Wo 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 wo? Alarm. Da liegt auf jeden Fall einer. Ah. Habt ihr ihn immer durchgekillt? Da ist nur noch einer. Oh Julia liegt hier tot. Oh Julia liegt hier tot. Oh. Wie das noch zustande kommt. Nein. Ah. Alte Drecksau ey. Ich zeig dir meinen super geheimen Tunnel weißt du. Und wärst du von hinten hinterrücks erschossen. Womit hast du mich umgeballert mit dem Baby oder was? Malone. 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 Achso. Ich bin schon wieder kein Traitor. Kann doch nicht wahr sein. Ja komm also langsam ist es ja überflüssig. Ah wirklich. Ich bin so innocent wie deine Mutter. Wow. Ich hoffe dass sie innocent ist. Wow. Okay. So wer ist denn hier alles? Der Lars ist hier und der Felix ist hier. Das ist schon mal gut. Na um auf mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das mit dir? Oh mein Gott. Bist du ins Loch gefallen? Äh. Felix sieht auf mich. Okay. Wo gehst du denn hier hin Julian? Ach wie der Zaus. Einfach wieder hoch. Ja. Nicht auf mich schießen. Ja ich schieß nicht auf dich. Raxel? Ja. Raxel ist übrigens bei unten im Tunnel. Also falls ich tot bin. Dann bist du tot. Dann stirbst du. Ja. Okay. Jetzt lauf einer nicht so rum. Du bist so breit. Man kommt nicht durch. Das heißt du musst zurücklaufen. Nein. Nein. Hau ab. Ich will. Ja dann läufst du jetzt zurück. Nein. Das will ich aber nicht. Hau ab. Nein. Du gehst jetzt zurück. Deine Mutter jetzt zurück. Geh weg da. Jetzt geht er hoch. Ich bin immer noch bei Kraxe. Ja. Ich bin auch bei dir. Also. Okay. Ja. Ich habe gerade eine Granate gehört. Kobi. 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 Ah. Felix. Okay. Äh. Lars. Ah. Ja. Kobi lebst du noch? Hä? Nee. Kobi lebt. Eventuell ist er tot. Warum? Also es sein wird, wenn wir Kobi jetzt sehen, dann ist er natürlich so. Kobi. Warte mal. Kobi steht hier in der Ecke. Kobi steht hier in der Ecke. So. Der bewegt sich auch. Ja. Jungs, ey. Kobi, was hast du da getrieben? Wow. Er hat mich versteckt. Also ich würde fast sagen, äh, safe call mein Freund. Hä? Ich habe mich versteckt. Aber, aber. Oh, was war das? Das war von links. Das kam von da draußen. Das war nicht. Okay. Okay, okay. Ich vertraue, ich vertraue jetzt einfach, äh, Lars. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Wer ist das denn? Äh, ja, die zwei, die bei uns waren, sind gerade down. Gilly. Oh! Boah. Hahaha. Hahaha. Wie geil. Schön. Ja, es war die Julia. Aha. Da wirft die da eine Melone rein, ich glaub's nicht. Ja. Eine Taube. Eine Taube? Die Taube hab ich noch gar nicht gesehen. Seit wann explodiert die denn? Die explodiert schon. Mal wie er hier liegt. I'm fabulous. Hier, bitch, I'm fabulous. Hahaha. Egal. Ah, schön. Schön, 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 schön. So, jetzt mal bitte Traitor hier, Junge. Kann nicht wahr sein. Nee. Äh, mittlerweile, ich, w-w-wann bin ich hier? Mutter Theresa, oder wat? Heiliger, ich bin schon in der Industrie, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch... Das hat doch Mäusebänken! Ja! Was war das für ne Granate? Disco. Nein, Dis... Disco. Ich hab auch ne Granate. Disco Pogo. Klingelingeling. Alle Apfelsiegel. Wenn auf der nächsten Map immer noch kein Traitor war, dann wird er jede Runde instant gekillt. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ey. Ich bin echt schon wieder innocent. Ich weiß nicht, warum. Also, ich, äh, 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 ich weiß es nicht. Ich check's nicht. Oh! Der war vorher Lars. Hoppala. Hoppala. Der Felix ist hier, Felix, Felix ist hier. Da ist der Kubi, Kubi ist da, Kubi ist da. Und da, da, da ist der, 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 Lars. Wo ist Julia verdammt? Alle sind hier. Aber wo ist Julia? Wo ist Julia? Ich bin gerade in den Pool da rein. Achso, wurde ja auch mal Zeit. Ich wollte nur nix sagen, die ganze Zeit. Das hieß immer. Oh, hi. Na? Hallo, da. Na? Kann ich, kann ich bitte durch? Äh, ja, ja. Wie ich dich heute töten bin. Dankeschön. Ich weiß, dass du mich hättest einfach töten können. Ich hätt' dich einfach töten können. Guck mal, ich mach dir Feuer unterm Hintern. Äh. Boah, nee. Oh, oh. Nee, dann war's jemand. Hä? Was soll dat? Was soll dat? Was soll dat? Junge, was soll dat? Was stimmt denn mit dir nicht? Oh, ach. Ich weiß, wenn ich gleich tot bin, dann... Ja, ja, alles gut. Ich fühl mich von euch in die Zange genommen. Komm, wir machen ein Sandwich. Disco Light. Wah! Komm, alle raus. Hallo, du stehst auf mich. Oh. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Jetzt geht dir gar nichts an. Wir sind hier im geheimen... Im geheimen... An der grauen Bunker. Kommt nicht raus. Ja, halt. Steht die Julia wieder im Weg. Nee, aber... Ich hab' schon wieder Kubi gefunden, hä? Findet ihr das... Findet ihr das verdächtig, wenn zwei Leute... Ja, bitte, was? ...verfolgt wird, aber nicht sich umdreht. Die ganze Zeit. Weil ich bin die ganze Zeit mit Hall of Games hier lang gelaufen. Ich hab dich nicht mal gesehen. Einmal nach mir umgedreht. Ich hab' nicht mal gewusst, dass du hinter mir bist. Ich hab' die anderen gesucht. Autsch. Also wir waren zusammen draußen, ja. Ja, aber warum suchst du denn die anderen? Genau, das ist die Frage. Oh, Julia, was hast du denn in deiner Hand? Das ist eine Disco. Ja, schmeiß die mal bitte. Schmeiß mal bitte. Okay. Wiii. Ja, äh... Oh, nicht in meine Richtung. Na sicher. Okay, boah, Disco. Oh, hier brennt es. Da brennt es. Au, au. Es ist Hall of Games. Der hat grad die Brandgranate geworfen. Ja. Was ist meine... Hä? Ich bin über euch, ja. Aber ihr habt grad euch gegenseitig abgeworfen. Ich bin über euch. Nein. Julia? Ja, was machst du da? Der war mehr als eine Brandgranate, der guckt auf meine Lebensruhe. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Und ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich hab beim Felix was gesehen. Ich bin der Meinung, ich hab beim Felix was gesehen. Eine, eine, eine dicke Waffe. Eine dicke Waffe. Komm Julia, I'm protecting you. Ich hab's auch gehört. Alles klar, pass auf, da ist der, oh mein Gott, Kubi. Oh mein Gott, hier ist Hall, äh, Felix, äh, Fake Games. Sagen wir ihn killen? Nee, 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 nee. Ist kein Self-Quote, nein. Ist das einer hier grad draußen fehlt auch, ne? Also... Ja, hast du schon umgelegt. Ja, hast du schon umgelegt. Wartet noch, warte, warte, warte. Ja, hallo. Nein, 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 okay. Da ist noch einer, oh mein Gott. Jetzt sind wir alle hier. Nee, einer ist grad abgehauen. Hier, hau'm, arm ab. Julia. Oh, da. Ja, Julia ist abgetaucht. Ja, Julia ist abgetaucht. Sie hat jetzt, sie hat jetzt eine neue Identität. Zu heikel. Ja, ist das zu heikel. Ich hab Angst. 20 Sekunden, Oliver Trader, ne? Nur mal so nebenbei bemerkt. Hau ab. Komm nicht zu nahe, Junge. So muss ich dich doch schießen. Ja, Hall of Games ist es, er schießt. Nice, good job, boy. Ich konnte nix machen. Ich hatte echt gehofft, ich krieg irgendeine Melone, als ihr da drin standet. Du und deine Melone, ey. Ich merk schon, du hast es nicht so mit Melonen. Ich hab, ich hab die Pitchen nicht gefunden. Ah, keine Muni. Was soll das denn? Weißt du, man schießt die auf arme, wehrlose behinderte. Die fasst ganz unten. Echt? Ja. Okay, dann hab ich die wieder nicht gesehen. Mann. Du bist nicht armlos. Dann seid ihr halt auch die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Die hindert schon, aber... So, man, ich bin allein. Jetzt bin ich mal der, 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 äh... Overround-Traitor hier. Ach, ich hab die Schotten angekriegt. Oh, Mann. Was? Indosent. Alter, bin schon, wer soll denn die Scheiße hier? Ich bin der Indosent. Ja, ich bin wieder Traitor. Gut, wer, wer war das, Lars? Was denn? Ne, okay, das war der, der Felix, hat gesagt, der ist Traitor. Jaja, ich bin wieder mal Traitor. Gibt's da auch einen Weg nach unten? Hier geht's ja auch noch unten. Krass. Ja. Äh, Julia, warte mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, Julia. Ach so, okay. Ich hab gedacht, du hast keine Waffen an. Hältst aber eine. Irgendwie. Okay. Das war ein Smoke. Ein Barbecue-Smoker. Jetzt hab ich Hunger, toll. Now I'm very hungry. Das wär jetzt ziemlich gemein, Lars. Was denn? Alter, hast du die jetzt? Was macht ihr? Julia, lebst du noch? Julia? Das ist ganz schön frech für dich. Kubi? Ja? Okay. Lars? Oh, warte, warte, warte. Ja? Ja? Okay. Boah, ich kann mich nicht rausfallen, du Scheiße. So. Jetzt ist gut. Wow! Geschossen. Kubi, versuchst du eigentlich die ganze Zeit auf mich zu schießen, da oben? Nein, ich will hier runter, in dieses Glas. Hi. Achso, okay, dann hast du nicht geschossen. Dann wirst du auch gar nichts. Ja. Wow. Hab's kaputt gemacht. Hatte fein gemacht. Ich will nicht wieder so mit irgendjemand zusammenstehen. Am Ende kommt wieder dieser Friendship-Beam da. Ich warte immer noch auf Dschihad-Bombe hier. Hast du da gemacht? Hier, Lars hat da was gemacht. Gibt's hier Trader fallen? Ja. Weiß ich nicht. Eine habe ich schon gesehen, als ich Trader war. Okay, also hier der Lars, der hat da gerade an eine Wand geguckt und hat da irgendwas gemacht. Der ist ja auch völlig... Er hat bestimmt gekauft. Also entweder wollte Lars mein Vertrauen erkaufen, oder Lars ist es nicht. Er hätte mich jedenfalls... Boah, ja. Na, ich schaff das. Ich schaff das. Action! Ja, sag ich ja. Du hast ja nicht getricket. Ah. Oh no, Disco. Hi. Hau ab mit deiner Filme, mein Freund. Hau ab mit deiner Filme. Oh, was macht die Elke? Oh, das war doch... Ne? Das war ein... schöner Volosser. Wo seid ihr denn wieder alle? Jetzt ist es so unglaublich mit euch. Das ist doch immer dasselbe. Hier, der Kobi ist wieder da. Der schmeißt Granaten. Warte, warte, warte. Oh krankste, warte, oh krankste. Hä? Was willst du, hä? Jule sitzt auf einer Hühnerstange. Ja. Wack, 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 wack. Hier ist... Was ist hier explodiert? Achso, wahrscheinlich nicht ein Instant-Derry, oder? Hm, warte. Das ist ein... Wau, 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 Lars! Okay, Lars war's. Okay. Lars, alles klar, Lars. Wo bist du? Komm raus. Stell dich freiwillig. Ah! Ist der hochgegangen? Jaja, er ist oben, er ist oben. Ah! Alter... Alter, dreckiger, ey. Ich sag doch der was. Lars, was hast du da an der Wand gemacht? Was war das? Ich bin nicht einfach gerade ausgelaufen und hab gekauft. Achso! Oh! Scheiße, ey! Habt ihr vertraut? Es ist so unglaublich, ey, ohne Witz. Es ist so unglaublich. Vertraut ihr nie, die? Ne, macht das nicht. Trau keinem Menschen, ihr. Trau keinem Menschen. Das ist... Ist der Tod! Auf Raten! Warte, warte, kann ich dir gleich sagen? Kann ich dir gleich sagen? Und... Innocent! Na sicher! Alter! Was bin ich? Ich bin Traitor? Ja. Komm her, schieß mich, komm, schieß auf mich! Komm her, komm her, komm! Hier steh ich, komm! Hier, komm, schieß auf mich! Komm, schieß, schieß, schieß! Komm! Mach schon! Was ist denn Derry? So, wer hat da geschossen? Ich habe die Luft geschossen. Na toll! Na toll! Stehbrauch! Super gemacht! Oh! Da hat... Da hat der... Ja, der Felix hat auf mich geschossen. Einer Schrot! Nein, 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 nein! Ich habe so eine Schrotgang, aber das war ich nicht. Da war es der letzte mit der Schrotgang. Ihr hat sonst keine Ahnung, Schrot, außer ich in der Hand. Nee, Jule hat auch keine Schrotgang. Guckst du? Ihr habt eine geschissene Rifel. Eine geschissene. Sollen wir tauschen? Und ich bin irgendwo im Haus. Keine Ahnung, wo ihr rumzieht. Was macht hier alle? Ich trau... Alter, es ist... Alle sind so auf einem Haufen hier. Der kann nur hinten losgehen. Vielleicht kommt wieder hier... Allahu Akbar! Pff! Wie groß ist denn eigentlich der Radius davon? Relativ groß. Doch, 10 Meter auf jeden Fall. Grüße, aber... Also man sollte... Klar, man sollte die Leute schon irgendwie zusammen haben. Nicht so, dass sie jetzt... Ich kann es nicht sagen, ich bin ja die Traitor! Lest doch mal vor, was versteht. Nee, aber ich wusste, dass da eine Traitor-Falle ist. Aha, woher? Weil ich vorhin einmal Traitor war. Kobi, wenn du willst, probier es aus. Was denn? Förder. Na, Kraxel? Ja? Warte los. Ja, komm, mach, 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 mach. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Okay, du bist... Will ins Haus. Jawohl. Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch! Oh nein, der schieß wirklich, oh mein Gott, der schießt, der hat doch mich geschossen. Oh mein Gott, hold on. Oh mein Gott, wer war das? Kobi, die Drecksau. Kobi, 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 Kobi. Entschuldigung, hab dich erschossen, tut mir leid. Hahaha. Du standst... Du standst mir in der Schusslinie, was soll ich denn da tun? Scheiße. Ah, fuck it, ey. Der hat gerade innocent getötet. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, sehr schön. Ja, ich... Ich... Er stand auf einmal. Ja, ne? Naja, gut, okay. Das war's doch schon wieder. Ja. Oh. Bis zum nächsten Mal, bye-bye. Dann nächste Folge des Traktes bestimmt auch, Traitor, bis dann. Ja, wir werden sehen. Schaltet auch dann wieder ein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.